servus und willkommen bei checksplay bei einer neuen folge von new super mario bros für die wu so da sind wir jetzt vom letzten mal ist der speicherstand was ich gespeichert habe bevor ich diesen fehler gemacht habe mit der videoaufnahme deswegen bin ich jetzt gerade noch klein dann wollen wir uns hier mal in der knochenbahn vergnügen und schauen was uns da wartet leben haben wir ja sehr schön ja ich mag es jetzt schon nicht mehr so die erste münze haben wir es doch schon mal sehr gut gewick wir schauen wo die anderen sind glück gehabt jedes münzen was ich hier krieg anscheinend ja ich brauche aber keine münzen ich brauche eine goldmünze keine ahnung wo die ist das habe ich fast gar nicht aufgepasst aber da wäre sie gewesen ich habe sie verpasst mist 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 na toll ja versuchen wir es auf neues jahr da sieht das ist es echt versteckt und ich mag es jetzt schon nicht so als kleiner mario überhaupt eine chance dieses wasser gewäckte flittermaus keiner will ich das ist echt nervig hier bevor man jetzt der runter vor allem hier selbst hier wieder vor mal runter wollen ja nein schon wieder verfehlt ja macht es trotzdem versaut ach kommen schon das gibt es doch nicht ich habe es doch nicht so die erste münze hammer nein ein leben haben auch wieder aufgebaut gut ja da haben wir das leben schon wieder versaut kommt das will ich jetzt aber schaffen ich bin ich gerade voll angespannt oh jetzt hat das fast schon wieder versaut am anfang mein gott stelle ich auch wieder an ja so vor und so weit geschafft meine jüte ach jetzt war es schon wieder ganz knapp mal so sicherheitshalber wieder jetzt muss ich aufpassen ja da kommt es dann gleich der stern genau und die zweite hat auch gekriegt sehr schön okay jetzt müssen wir uns mal konzentrieren hier auf jeden fall nein so weit so gut schon mal okay ja wie komme ich jetzt dahin toll keine ahnung na toll wie soll ich das machen was schreit da nach mir ich weiß trotzdem nicht wie ich da nicht dingen kommen jetzt komme ich jetzt da an die letzte münze das ist eine gute frage so haben wir wieder ein leben ach das kann ich irgendwie da rein hüpfen dass ich dann drauf gehe oh ja da sagt er richtig der mario das mit münzen für leben und versaut muss wieder so wie es ich mache ach mein jüde ach ja sie ist sowas hingekriegt glück gehabt so wieder unverwundbarkeitsja ja feiert mich na toll was war das jetzt ach komm das ist ja echt nervig jetzt da gehst du her und sammelst die ganze zeit die münzen und guckst dir dass man alles richtig machst und trotzdem ach schütteln schütteln fehler gemacht meine jüte sich immer diesen fehler mache ich verstehe es nicht habe ich so ein schwaches kurzzeit gedächtnis anscheinend schon ja das ist ach das geschrei geht mir auf die nerven von diesem dummen knochen ding hier ja ich bin flammen mario so sicherheitshalber so unverwundbarkeit damals auch noch so jetzt kommt diese stelle glaube ich genau ja ich bin der held vom erdbeer fels so nein ach ja komm einmal versuche ich es jetzt noch mein gott das ist echt nervig ach schau entschuldigung was verhunzt ja okay also mit der letzten münze kris entscheiden grad einfach nicht hin ach ne 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 hilft alles nichts dann wage ich mich erstmal woanders hin es bringt ja nichts dann würde ich sagen dann mache ich das nächste mal weiter ich hoffe es hat trotzdem gefallen wenn ja könnte abo lassen bis zum nächsten mal und 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 Bis zum nächsten Mal.